Unsere Kunden wollen die Batterien nicht wechseln oder warten oder laden. Unsere Kunden wollen die Fahrzeuge fahren. Und das muss unser Anspruch sein. Wir haben die Technologie Yon entschieden, weil sie wirklich adäquat für unsere Aktivität ist. Durch die längere Standzeit und ihre hohe Kommunikationsfähigkeit ist die Lithium-Ionen-Batterie optimal dafür vorbereitet, die Logistik 4.0 zu unterstützen. Wir nutzen die Fahrzeuge Fenwick für diverse Tâche, notamment für die Fahrzeuge des Fahrzeuge. Das ist durch die Fahrzeuge T16 mit der Batterie Lithium-Ion. Die Hauptvorteile der Lithium-Ionen-Batterie liegen in der längere Lebensdauer, der höhere Energieeffizienz, der Wartungsfreiheit und der hohen Energiedichtung. Wir produzieren hier die Fahrzeuge von FRAI-France. Wir haben die Desserts froids, die Desserts froids, wie die Däunette und Flan. Wir haben bereits in der Hand ein Futur E14, ein Fahrzeug frontal, das wir in Zukunft testen. Das wäre für die Fahrzeuge des Pallettes für unsere Produkte, denn wir brauchen ein Fahrzeuge von FRAI-Ion-Batterie zu nutzen, 24-24 Uhr. Der Vorteil ist für die Fahrzeuge von FRAI-Ion-Ionen-Batterie für die Fahrzeuge von FRAI-Ion-Ionen-Batterie für die Fahrzeuge von FRAI-Ion-Batterie und Gel. Eine Innovation ist für mich eine technische Neuerung, die erfolgreich beim Kunden eingeführt ist. Dabei ist besonders wichtig das Wort erfolgreich, weil es zeigt, dass diese Neuerung, diese Innovation vom Kunden honoriert wird. Die Kion Group wird in den kommenden Jahren eine breite Palette von Lithium-Ionen-Batterien für unterschiedliche Fahrzeugtypen anbieten. In der Lagertechnik liefern wir bereits seit Anfang 2015 serienmäßig Lithium-Ionen-Batterien. In 2016 werden weitere Typen und die ersten großen Batterien für unsere Gegengewichtstapler folgen. Der Durchbruch der Lithium-Ionen-Technologie wird ganz sicher kommen. Nur keiner weiß heute wann. Mit unseren aktuellen Entwicklungen sind wir aber optimal darauf vorbereitet.